Lars? Guck mal, Bappi hat uns geschrieben. Wer? Hier, hier, äh, Bappi! Hier, aus Klicks, diese rappenden Kinder. Das hat 290 Klicks und das sind noch zu wenig, meine Damen und Herren. Ich will Bappi fucking represent. Flutet die Kommentarspalte und sagt, Alter, Hamburg calling, we want to be your chromies, your homies, your posse, call us. Die wollen, die wollen Feature mit uns machen. Die wollen, dass wir Teil von Bappi werden. What? Ja, Florenti, das ist ja der Hammer. Wollen wir gleich die erste Strophe machen, oder was? Ja, das geht's. Warte. Achso. Das ist Hamburg calling, wir sind jetzt Teil von Bappi. Das ist Teenie, Weenie, ich bin der geilste Pappi. Hauen und Bappi, unser freches Motto. Ein Feature mit uns ist wie ein Sechser im Lotto. Wir erraten die Klicks, das ist kein Witz. Mit der Undercover-Karte schlag ich dir ins Gesicht. Wir schätzen den Preis, Rappen's a nice. Durch den Tisch, gerade im Fluch, brechen alle durchs Eis. Seid leise, wenn die Bappi-Gang zu euch kommt, ihr bleibt für immer im Keller wie mein Handy-Karton. Die Acht, meine Glückszahl, doch ich seh hier nur Nullen. Nenn mich Dilantin, verkaufe Senf in Ampullen. Wir sind 3-3-3 mal härter als die Keilerei von Essos. Legenden aus dem Greenscreen, wir zwei sind Flyer und Essos. Ehrenwort. Danke Waller, jetzt kommt nämlich erst noch dieser Franken-Baller. Ja, also ich bin der Franken-Baller, ist ja große Ehre, dass ich dabei sein kann, freu ich mich sehr und dann gleich im Bappi. Ich bin so gespannt auf deren Part. Ja, der wird nicht kommen. Was? Ich war seit Monaten auf eine Antwort, die ignorieren mich auf Instagram. Guck. Was? Die haben uns verraten? Okay, jetzt reicht's. Diss-Track? Diss-Track. Wir wurden nie krasser geghostet, jetzt ist Bappi getrennt, wie Wasser und Moses. Dollars und Erfolg, all das hatten wir schon fast. Unsere Ziele waren größer als die von Elon Musk. Was ist los mit euch? Ihr haut euren Bros auf die Fresse und jetzt streiten wir uns wie Tic-Tac-Toe vor der Presse. Wir hatten einen Run, jetzt lauf ich besser mit Drücken, denn ihr hattet unsere Fans wie euer Messer im Rücken. Selbst schuld, au, denn unser Wert steigt jedes Jahr und euer Kurs singt wie im Musik-Germina. Wir haben euch mehr verehrt als Inder-Rinder. Ihr habt uns nur verarscht wie dieser Tinder-Schwindler. Bringt euch als Breitglas ins Schützen, ihr verliert die Balance. Das waren eure 30 beim Kniffeln, eine Riesen-Chance. Krank geballert, das letzte Wort hat heute dieser Franken-Baller. Ja, traurig Jungs, da hat mich schon auf den Papi gefreut, aber dann beim nächsten Mal eben. Servus! Ja, traurig Jungs, daounce Wyatt und tut mir die Balance. Ja, traurig Jungs. Noch nie. Bist du boge dem Jungs? Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal, Nerven. Ja, tschüss. Jetzt lasstück der Was für Lebkampft!